Ja liebe Freunde, von meinem Stohlmeereff, das ich da in Ricardo gekauft habe, ist da die Halterung eingerissen und ich lasse das da in der Werkstätte jetzt reparieren. Dann noch ein Sicherungsproblem. Im Standlicht hat es nicht immer die Sicherung rausgejagt und das wurde jetzt überprüft und es sollte wieder funktionieren. So, da hat da noch ein neues Rundgewicht gegeben, das wir bauen. 8 Kilogramm Rundgewicht, aber wir wollen schauen. Ja liebe Freunde und wieder auf dem Feld packen da mein Kürtissel fertig und wie ihr das eben könnt, kommt da sehr viel Unkraut. Es ist nicht dringend nötig, dass ich da durchfahre. Und die Zeit kann ich euch leider nicht mehr sagen. Meine Uhr, die Batterie habe versagt, da muss eine neue Batterie rein. Und ich hoffe ich schaffe das innerhalb von ein, zwei Tagen. Es hat auch schon ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder eine Uhr hatte. Ich hoffe, nicht mal nichts wird. Jawohl, so ist es. Hier ist der Traktor vom Kartoffelsprin. Ich bin richtig weg, ich habe ihn nicht gewaschen. Man sieht diese. Hier hinten die alte Hacke. Ein altes Feenfachgerät, produziert in der Luftdorfer Firma Abby. Das ist da bei mir im Einsatz. Und es funktioniert. Hallo. Für Bauer Hause ist Feierabend. Es ist jetzt, ha ha ha, ungefähr 20 nach 6. Der Bauer Hause will das Spiel Italien-Spanien noch schnell einsteigen und mitschauen. Im Moment 0 zu 0. Wir werden sehen. Am Radio gehört 0 zu 0. Jetzt wird der TV angemacht. Das ist es ein Teil von der Küche. Ich bin schön.